Offensive Stellung! Auf Angriff! Angriff, Leute! Anime? Boah, nein! Warum nicht? Ich hab gedrückt gehabt! 3, 2, 1! Ladies and gentlemen, herzlich willkommen zu Captain Tsubasa Rise of New Champions! Ja, Moin! Hallo! Hallo! Also jeder spielt die Story oder sonst ein bisschen, ich hab die Fall, ich hab bei eigenen Helden, mega nice! Ähm, hier sind die Zeitdruck, aber ist ja kein Ding, wir spielen ein bisschen online gegeneinander, ist heute jetzt freigeschaltet worden der Online-Modus, der Blau-Gebord passt schon. Und, genau, wir spielen auch ungefähr gleich starke Teams, von Wert her bei uns zu 1.212, 200 passt auch soweit zwei spiel für die gleiche information wie ich auch okay ja wenn sie also wir spielen ganz normal also wie gesagt also das spiel für die bisher ziemlich cool ich habe auf jeden fall sehr gut mit dem controller tastatur habe ich natürlich nicht ausgetestet aber maus ist okay seht es zum glück nicht aber maus ist auch wenn wir im start der meines maus ist irgendwie immer und die anderen team die andere mannschaft kann man sich in der hauptsache freischalten oder ich habe zum beispiel italien freigeschaltet und niederlande stelle ist so frei in dem du sie besiegt ok sie italien gegen england ich spiele italien zwang spielt england star crown stadion am tag ich habe alle ersten fußball spielen was überhaupt gegeneinander spielen ist so das ist natürlich auch alles super schön durchlaufen wird hier auch alles sehr schön gemacht außer bei der story wieso an die medien sachen reinkommen oder so zwischendurch das hatte ich gerade echt schön wo das gemacht hatten also paar anime weiter ich muss ein bisschen sagen durch wenn man so ein bisschen spielt dann weiß ich nicht jetzt gleich ist man schon ein bisschen unflüssig sowie der kameraführung oder so das gefühlt nicht aber ich bin mal gespannt wie es online läuft ja ich kenne ich kenne es ja anders laufen muss man welche position man sieht hier noch mal die teamwerte für meine mittelfeld für meine steigen zwei stürmer ok es wenn wollte sein team das was ist hier bei mir das ja ich glaube ich bin rot genau genau das wenn es rot ich bin blau seht ihr unten ja auch noch mal so laufen wir 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 mal hier auch lecker damit hier da wollte ich zu viel da weiß ich habe er zu viel ja genau sich also gleiche meinungssitz werden ich hab's ein bisschen länger gestellt also die spielzeit ist ein bisschen länger als die standardstellung haben wir einfach ein bisschen unterhaltung merken ist ja klar woher wieder ja das werden muss ein bisschen Druck gemacht werden wie bei YouTube der braucht auch ein bescheunigungschuss nein und? boah! Killer! Killer! Das ist ein Killer! boah! Ah der Nummer 10! Der Jugendspieler! Das ist ein Killer! Tardellini! Hochgeschwindigkeitschuss! Nein! 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 Killer! Sven nur am verteidigen hier! Mein Tor ist an Feuer! Alter! Wer ist einer hier? Bam! Oh! Outplayed! Okay! Bam! Oh! Schade! Sven, ey! Wir gibt die wieder voll! Also ich hab ein bisschen Angst! Der gibt wieder voll wenn ich ein Tor schieß oder Halbzeit ist. Easy, ne? Oh! Eiiiih! Marinho! Seidens gibt's Donut Sciにな! Vorgaben gibt's in dieses Spiel auch nicht. Also es ist quasi Formel 1 was wir hier spielen. Oh! Sven ne Rote Karte Job. Nein! Seh ich nicht! Uh! Nein! Wow! Oh! Sven trippet und trippet! Nein! Aber Massarello hat die italienische Mauer Junge! Die italienische Mauer ist wieder da. Tardellini! Oh Sven wieder hier! Sven ist wach geworden. Ich hab Sven aufgewickelt und so hat sich Schüsse aus dem Tor. Ich muss erst mal reinkommen, also du hast noch für mehr Spielstunden als ich. Boah! Wieder umgehauen. Ah, keine Ausdauer. Warte, was denn? Warte doch! Zack! Ich sag mir, warte! Nein! Alter! Warte doch mal, was ich auf Ausdauerkrieg hier! Warte mal, was ich auf Ausdauerkrieg? Ja, so mach ich fair Play, Leute! Ah, fair Play hier! Nein! 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 Los, Gerardo, extra Schafschuss! Halt ihn! Bitte! Bitte! Nein! 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 Ja! Ich bin der Beste! Oh, mein krasser Torwart! Der Robinson! Mega nice! Oh Mann! Aber ich finde, das System an sich sehr gut gemacht, dass er halt mehrfach draufschießen muss. Am Anfang fand ich das so... Ja? Also, das Doris betrifft, funktioniert das natürlich anders, aber ist ja logisch. Was ist das denn? Nee! Was ist das denn? Ich komme mit der Steuerung noch nicht, ganz klar. Also, ich brauche noch was zum Eingewinnungszeugen. Versuch, was wäre! Versuch, was wäre! Also, wenn du zwischendurch mal folgen wolltest, du... Also, mehr sehen wolltest du von Zubasa aus Online... Ja, du bist das, wenn du dir. Ne, dann... BAM! 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 Ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-s-is-it Nein! TAS Wollen wir noch ein Geld wlettenden Sven ? Ne ne ne。。 Sven nimmt das Tempel aus dem Spiel Klasse Tricks, hier. Klasse Tricks Easy So, Stand например , Stand Ich finde die Effekte sehr toll ein italiener beißt sich durch vier engländer durch. easy game. und wenn du L2 machst, dann kriegst du auch volle energie wieder. das ist ein power play unten rechts. also ich mach jetzt gar nichts, damit du das einmal siehst. das geht aber nur, wenn du am ball bist. da kriegst du schneller ausdauer und so wieder. und die aufladungsschlüsse laden sich schneller auf und so was alles. ah ok. so warte gehts. so zum Beispiel. was ist das denn? das ist die vzone. genau das was ich gesagt habe. wenn du am ball bist, dann kannst du auch mal. swanny! nicht gleich! lol wieso kommst du jetzt hier mal durch? nein! und nein! Thomas kommt! ja! das ist mein tigger! ok alle tassen spammeln! alle vier! alter! jannik! nein! was ist das denn hier? 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 ich bin völlig überfordert da. vier tassen drücken mussten. ja, versuchte erstmal eine vier zu drücken. wow 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 wow! swanny macht den angriff. federino zackle. warte, du kackt das halt. federico. warte, Sven wieder Blutgräste machen. Sven macht den angriff. angriff! angriff! ich bin Sean Penn! Sean Connery meine ich. warte, warte mal ausdauer, danke schön! warte mal, warte, danke schön! bis ich wieder eine geile Aktion machen konnte. Nein! Besonders nicht. Sven! Sven macht Blutgrätschen wieder. Blutgrätschen! Mourinho! Los! Nein! Falsch! Das war falsch! Nein, das war doch gut. Wow, was denn was denn? Das war deine Nui. Warte kurz, ich brauche Ausdauer. Zwei! Nein! Mach Distanzschuss! Oh, das ist ja cool! Lass den Lecker. Oh, bei der Nächste! Distanzschuss! Alter! Der ist der Blau wieder! Alter Torwart! Das ist mein Mann! Das ist einfach mein Mann! Bam! Und jetzt hast du halbe Stunde gespielt! Mega nice! Hu! Nein! Warum hast du dies so gezählt?! Francesco, Toddie! Ne! Ich hab dich schon direkt gesehen. Ich hab dich schon drückt gesehen! Ich hab dich schon drückt gesehen! Mama! Wow! Svenni! Jannik! Meine ganze Spiele habt keinen Ausdauer mehr, das ist blas. Das discomfortend! Francesco! Sprinten das mit LBs, wenn du? Ja, ich weiß. Wieso kann ich nicht vorbei? Weil du dribbeln musst. LT zum Vorbeidribbeln. Ah! Das, das, das mich immer ein bisschen verwirrt zu, weißt du? Nein! Ah, für mich! Das wäre das Toastis geworden. Ja? Aktuell läuft 20 Schüsse zu 0. Sven weppt sich jetzt auf. Easy. Du hast auch schon ewig gefühlt wie er 10 Spielstunden. Nein. Ich habe gerade mal eine halbe Stunde gespielt, weil ich danach eine Pizza gegessen habe. Das siehst du. Sven, schon muss ich wieder durch. Boah, easy! Was? Sven! Sven, schon muss ich richtig durch. Nein, was mache ich denn? Danke. Das war Sven zuerst ein Schüsschen. Entschüsschen! Boah, was war das? Hä, Leute! Boah, der, der Foul Gratier hier. Boah! Boah, wo, 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 wie geht das? Wie geht das, der Leck? Wie geht das? LT! Das ist der, das ist der Dribbling-Move. Ah, okay! Der kleine Dribbler! Ich habe keine Ausgabe, warte mal! Boah! Wir werden mal testen, Sven! Lass mich doch mal testen! Ne, 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 ne! Nicht V-Zone! Sven macht wieder... Sven macht Faxe! Nei-n! Woh! 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 Woh. Sven macht Faxe! Huh! Woh! Woh! Francesco kommt näher! Woh! Woh! Nein, oh, wie er flog! Er flog wie ein Bienchen! Oh, das ist ein Schuss! Wow, was ist das denn für einer? Nein, nicht der! Das sind unhaltbare Schüsse. Also fast unhaltbare Schüsse. Die sind halt noch krasser als die Spezialschüsse, weil die halt noch beiden mehr kosten. Ah, okay. Oh, ne! Ich wollte auch nicht mal schießen. Komm schon, Yannick! Jetzt mach ich Tor! Jetzt mach ich Tor! Ey, wie ich... Warte mal kurz, einer geht noch! Ein Ball geht noch! Schade. NICHT! NICHT! Den hast du! Den hast du! Ehren-Torwart! 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 Ich liebe ihn! Ich liebe ihn! Mein Torwart! Ich liebe den Robinson! Cruiser! Ja! Ja! Machst du! Ja! Machst du! Ja, okay! Jetzt komm ich auch nicht hinterher! Warte mal kurz auf! Ich bin alt! Danke! Arme-Torwart! Oh! Da liegt er! Bam! Run! Oh! in deinem Gesicht! Bei mir hatte gar keiner den Ball. Sven, der ist etwas fauler hier. Italiener, sind lauter, ich weiß nicht. Bad dribbling. Man muss ja mal den Jahrtausendschuss probieren. 15 Minuten noch zu spielen. Ist okay. Sven, das ist fies. Nein, 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 Janett, nein! Ich bin dort richtig. Oh nein! Nein, Janett! Nee! Den Schuss! Den Schuss! Aus dem bitte! Aus dem bitte, Junge! Was? Lass mich da! Das ist doch unfair! Hat mega Laune! Was? Es gibt übrigens auch so Info... Hä? Hä? Wie ist das Spielkapport? Spiel? Geht? Geht wieder. Oder? Ja. Warte. Ja, ja, ja. Volker sagen, nimm du den Ball. Ich glaub du warst gerade da, ne? Bis hin. Ja! Sven da warst. Ja! Bäm! Los! Tor! Komm schon! Tor! Nein! Gegen Gino Hernandez, Sven. Da kommt sich ran. Sven foult mich meine eigene Hälfte. Sven ist wach geworden. Nee, nee. Sven, das ist kein Ausdauer dafür. Ah! Fuck! Das ist kein Ausdauer, Junge. Oh. Warte. Nein! Warte, mach nur mal. Danke schön. No. Ich hab das. Dann muss ich mal testen. Ah! Warte, Sven! Alter! Nein, die 4-V-Zone! Ja, wenn du den nicht machst, mach ich den! Ah! Schnecki! Ach, nee! Spezialist! Nein! Nein, der Krasse-Kreativer-Tor! Ah! Den hast du! Den hast du! Komm schon, Bruder! Ja! Ehren-Torwart! Ehren-Torwart! Wollen wir es nochmal? Hahaha! Zeig! Nee! Ich bin ein Krasse! Hast du! Huh! Boah! Bäm! Oh, der ist ausgelaufen. Nice! Nö! Doch! Ach! Das ist doch... Mann! Oh! Konti! Nein! Mach doch was! Lol! Oh! Schade! Ja! Komm schon! Ich komm ran! Nein! Acht Minuten aus, Sveni! Ah! Nee! Doch! Was ist weiter? Du hast auf jeden Fall besser als es! Ja! Ich muss das mal reinkommen! Ah! Ja! Easy! Ah! 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 Nein! Da wird der Hammer ausgepackt, Junge! Nee! Kontinieren! Thomas! Nein! 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 Auuu! Raspiano! Ja! Dieser mega Spezialschuss ist einfach mega nice! Au! Voll die Effekte für den Mega, das! Guck dir das an hier! Als würde der Kamehameha abfeuern oder so! Ah, Mann! Mega nice! Komm schon! Auf Angriff! Angriff, Leute! Boah! Anni vorbei! Anni vorbei! Anni vorbei! Oh nein! Warum nicht? Ich hab gedrückt gehabt! Ich hab gedrückt gehabt und weiß aber nee! Warte Sven, ich hab keine Ausdruck! Warte Sven, ich hab keine Ausdruck! Sven! Ja, nee! Nein! Oh Mann, ich wär auch im Tor! Boah! Och nee! Diese Mega-Pässe funktionieren nämlich nicht so, wie es wird! Warte mal kurz! Geil! Bam! Sven! Hat der Joel geklärt! Drei Minuten noch! Nein! Der ist drin! Jetzt! Komm raus! Mit dem Pfeiltasten kannst du noch die Ausstellung ändern, also ob du jetzt offensiv spielen oder Defensiv oder sonst was! Ach, Gläu! Wusste ich gar nicht! Ich hab gut aufgefasst im Tutorial! Kamera ist ganz komisch! Traum! Ja, das Problem haben wir ja beide! B- Ja! Nein! Nein! Komm, einen Tor machen wir noch! BAM! Eintrom haben wir noch! Einer ist noch Drill? Oh, hat er mich hier umgenommen! Marinho ist mega krasso! Da! Sven! 5-0 muss es stehen, das ist Akadarisa. Nein! So cool! Das Drill! Hast du! Yo! Oh! Oh! Das war... War knapp, war knapp! Oh nice! Zweitens war es noch viel verbessert. Auch wenn die Tore gleich sind. Also war ein knappes Spiel, muss ich sagen. So, das war auf jeden Fall... Das hat auch nie die V-Zone aktiviert sind. Ja, ich weiß gar nicht wie das geht! L2! Der Junge wird so wie ne Mauer. Ja! Ich bin ja nie am Ball! 52% Ballbesitz waren was anderes! Fast die Hälfte! Klar, aber trotzdem! Das war das erste Zubasa Online Match! Wenn ihr mehr wollt, lasst es uns wissen, indem ihr ein Like da lasst! Was ihr in die Kommentare schreibt! Und einfach mal mega geil weitere Videos von uns schaut! Das wäre mega! Und vielleicht ein Abo da lasst! Wenn ihr es noch nicht getan habt! Würde uns freuen! Erstmal vielen Dank fürs Anschauen! Bis zum nächsten Mal haus rein! Tschüss! Tschüss! Look at my life! Feel my pain! When it comes to me and you we're not the same! This is so far from a game! What you saying? It ain't nothing but heart work and dedication! Quit complaining! Look at my life! Feel my pain! When it comes to me and you we're not the same! This is so far from a game! Alright, eins, two, drei.